Denn nur alleine im ärmsten Ort Südafrikas. Ich lerne Freunde fürs Leben kennen. Ich schwöre, ich mag den so sehr. Ich werde den so vermissen. Joy, I will miss you. Guck mal, jetzt gehe ich weg und achte, wie er bei mir bleibt. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einmal sein Haus an. Can we go in? Ja. Es ist so voll hier, unglaublich. If you think I go to the townships, we go to the townships, you think they will grab me? You walk around yourself. You are my friend. 100%. Don't try. Don't try. There is one guy from Germany, who didn't hear in the news. He is missing since last year. I think they killed him. They killed him? Yeah, from Germany. You must check on him. You were very young guy. When he was 20 years old. Ojemeni YouTube, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Es geht in die Townships. Für die, die nicht wissen, was Townships sind. Townships sind die ärmsten Viertel in Südafrika. Die Viertel, wo es kein Essen gibt. Die Viertel, wo es kein Strom gibt. Wo die Menschen wirklich... Ich habe jetzt heute erfahren, dass in Südafrika es richtig gefährlich sein kann. Hier und da. Ich dachte irgendwie, ich weiß nicht warum. Ich dachte immer, Südafrika ist so voll das moderne Land. So voll das sichere Land. Ich hatte Südafrika ganz anders im Kopf. Ich dachte, Südafrika ist so modernstes Land in Afrika. Ja, ich habe hier ein Freund. Ist auch. Achso, ja okay. Dann sind manche Ecken einfach krass, oder was? Freund gefunden. Er ist mir wirklich ins Herz gewachsen. Ich liebe ihn. Sein Name ist Jean-Claude. Er holt mich jetzt ab mit seinem Auto. Und dann fahren wir zusammen in seine Township, wo er lebt. Und da ist er. Nee, da ist er nicht. Wo ist Jean-Claude? Okay, Jean-Claude ist da. Oh mein Gott, hier ist der Pré. Oh, Jean-Claude. How are you, man? Oh, good, thanks. How are you? Good, good. Thank you, thank you. How are you? I miss you. I miss you too. Jean-Claude, wie sind die Townships? Also, who are the Townships? The Township is where black people are very concentrated. And it's very dangerous. Most of the Townships is very, very dangerous. For you, even for me, to go there. That's why I said you cannot go to any Township just like that. And you have... Krass. Das heißt Strom. You have Strom there? Okay. Electricity. Electricity? Electricity, no. There's no electricity in my Township. And how you charge the phone? Yeah. Maybe if you have money, you buy the solar system. Um Licht in deren Townships zu haben, muss er jeden Tag mit so einem Solarsystem zu einem Freund gehen in der Stadt. Wir sind hier gerade in dieser Stadt. Er muss das voll laden bis abends. Und dann abends kommt er wieder hier hin, nimmt das mit. Und dort haben die dann für den ganzen Abend Strom. Living here? Yeah, he's living in this house. Das ist das, womit er sein Licht jeden Tag macht. Komm, I take it for you. Give me, give me. Bruder, was passiert hier? Oh, Toegi mit 5 Giftser. Vor, geradeaus and dann links, Toegi. Mmh, mmh. Ups. Gänse Rater. Also wir holen gerade für seine Siedlung Essen. Und er will so langfristiges Essen. Er hat recht. Zuerst habe ich gedacht, wir verteilen ein bisschen warmes Essen und so auch. Natürlich, Freunde, ich bin selber nicht reich. Bei Gott, ich bin nicht reich. Ich bin mit meinem letzten Geld hier hingekommen. Aber ich habe auch das letzte Geld zusammengekratzt, um den armen Kindern hier was zu geben. Ich will das nicht machen, damit ihr sagt, Deno Ehrenmann. Ich will das machen, damit ihr das auch macht. Mein Gott, damit ihr das macht, sag dich zum Ehrenmann. Schreibt jetzt alle einmal in den Chat, Deno Eh. Einfach aus Prinzip. Weil ich kein Ehrenmann bin. Das ist mit Körner. Das ist mehr... Gute, ja? Das ist mehr... Eyweiß. Ja. Das ist größer als mein Kopf. Schau, es ist größer als mein Kopf. Es ist größer als mein Kopf. Es ist größer als mein Kopf. Wir fahren jetzt nach Township. For how many years you come to Africa? For South Africa? Sir, I'm here for 20 years already. And where you live for? I am from Congo originally. But I live here in Cape Town. How old are you? I'm 50 years old. Wo hat er diesen Typen gefunden? Ich check das gerade nicht. You could be my grandmami. Oh, granddaddy, sorry. Now we will listen to music. You make an unfall fast. So this is how you dance today? Yeah. Der Chef aus diesem ganzen, aus diesem ganzen Dorf. Ben Loco, danke für den Prime Stop. Wir sind jetzt mit dem Chef aus der Stadt. Und er denkt, wir machen ein Foto. Can I have the other hand to one side? Okay. Can we go in one place? Yeah, it's been good. Thank you, Bafate. Er ist schon. Yeah. Wow, das tut mir richtig im Herzen weh auf alles. One time I hope you will be at the top and you too. I hope, I hope. Oh, krass. Hello. Peace is in the video. No problem. Yeah, this is my wife and my children. Hello. Hello, I'm Dano. Hello, how are you? Come in, come. Don't shy. Say hello. Hello. How are you? Abigail, wow, Abigail, you are so pretty. I swear, look her, hey, so pretty. How is his name? Do you like him? He likes people, right? Wie süß. Let's make a veteran. You know what a veteran is? Who is the first? Who is there? Look. On three we run. One, two, three. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. The main reason why we are here in Township is the houses, the streets, the streets, the children. Hello, bro. Do you speak English? I can speak English. Very good. By God, Freunde, ich will nicht auf krass tun. Ich will nicht zeigen, dass ich irgendwas habe, weil ich habe auch wenig, aber das, was ich habe, reicht aus, um hier auch ein paar Familien glücklich zu machen. Und by God, ich mache das Video nicht damit, ihr sagt, ich bin ein Ehremann und so. Bro, komm mal her. Komm mal her. Ich will eigentlich nur Menschen was Gutes tun. Das ist so ein Kindheitstraum von mir. Und vielleicht habt ihr dann auch so die Überlegung, auch sowas zu machen. Einige von euch haben es ja schon gemacht, aber wir sind jetzt hier live vor Ort. Hier sind die ganzen Familien und ich bin glücklich. Ich bin hier, um diese Menschen glücklich zu machen, weil sie glücklich sind, ich bin glücklich. Ich weiß, dass wir viel nicht glücklich sind, aber ihr Herz zu geben, das ist das, was wichtig ist. Und wir sind sehr glücklich für das. Und wir sind sehr glücklich. Das geht, Bruder, das geht. Oh nein, oh nein. Von uns, Joel, Joel, von all den Menschen hier, wer ist dein bester Freund? Oh mein Gott, man. Oh mein Gott, man. Joel, I will miss you. I will miss you very much. You want also? Ja. Do you want to greet somebody in Germany? Ja. Who? Can you greet Shireen David? Ja. So, I love Shireen David. I love Shireen David. Yeah, man. I love Shireen David. I love Shireen David. You are a little bit scared. Why? You talk? Ich glaube, der kann nicht reden, ne? Ich muss das jetzt einmal testen, warte. Ich muss den mit dem Ball abwerfen. Nein. Danke. Ey, der hat keine Emotionen. Wait. You must love. I see it. What's your name? Oh mein Gott, er geriet. Oh man. Oh man. Yeah, man. Oh mein Gott, hier ist unser Hund. Bye, 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 dog. Bye, 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 bye. Bye, bye. Bye, 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 bye. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Bye, bye. Ey, das war ehrlich traurig, Chad. Der Hund ist bis zum Ende mitgerannt. Der wollte auch irgendwie so mit einsteigen. Oh, das war zu süß. Oh. Scheiße. Der Schiff geht jetzt auch schief. Bye, bye. Alright. Thank you for all. I have one question. I was scaring to ask you because you are the chef. Okay. But why is on your T-shirt here is written. I have one. I said, what? Well, maybe because of I'm two, I'm afraid. You never know. No, you have six pack. Have a great time. Thanks, guys. Thanks, brother. Okay, guys, next one. Thanks, guys. We sind jetzt am Schluss, John. Heh, heh, heh. Lord, we are finished. It was a great, great time with you. I swear you are really in my heart. And, ehm, you know, I want to give you something for Joy, your son. You love Joy too much. Yeah. For your son, because I like him so much. Yeah. And I swear when I saw him, he saw like a lion and I know he's a lion. Yeah. He will fight and when he will be bigger, I want that he take this with us, this is a lion. Okay. And, please give it to Joy. I will give it to Joy. Hey, what a sweet video. I found that video really cool. I found that video really cool. Cooles video geworden. I'm stolz on my cousin.